Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, zumindest das haben die Gegner Jesu richtig erkannt, dass immer wenn es ums Geld geht, dass das mit Fallen verbunden ist. Jesus erkennt das, er durchschaut es sofort und was wir am Ende als Ergebnis dieses Evangeliums haben, in diesem einfachen Satz, der sozusagen in unseren Sprach- und Wortschatz eingegangen ist, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und wir verkürzen es schnell auf diesen Satz. Das hört sich an wie so eine ganz weise, salomonische Entscheidung. Das klingt für uns so nach 50-50. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Denn Jesus wird hier nach der Steuer gefragt und er antwortet zwar auf diese Frage nach der Steuer, aber er erweitert diese Frage in einen Raum, mit dem zunächst niemand rechnet. Dabei entlarvt er seine Gegner. Aber wer hat die Münze mit dem Abbild des Kaisers, der sich als Gott verehren lässt, mit Tiberius und auf der Rückseite ist seine Mutter dargestellt mit einem Palmzweig und dem Pontifex Maximus aus Rom, diesem alten heidnischen Titel, wer hat diese Münze in der Tasche, mit einem heidnischen Götzenbild? Es sind seine Gegner. Das ist das Erste, was sie verunsichert. Aber das Zweite, was sie wirklich entlarvt, ist, dass Jesus diese Frage nach der Steuer ganz ganz anders beantwortet, indem er sie öffnet. Man würde also besser übersetzen, statt Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber noch viel mehr Gott, was Gott gehört. Was heißt das für uns? Man kann unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Der Erste ist sicher, und damit ist die ganze Tradition des Neuen Testamentes deckungsgleich, vor allen Dingen auch Paulus, dass es für Christen in ihrem Verhältnis zum Staat, dass das nicht immer reibungslos und einfach ist, aber von Jesus ausgehend, der kein Sozialrevolutionär ist, der nicht zum Widerstand, gar zum Offenen oder Verdeckten gegen die Römer aufruft. Die Obrigkeit ist sozusagen zu unterstützen, weil sie dem sozialen Zusammenhalt dient. Das ist etwas, was wir heute manchmal in heftigen Diskussionen, die wir derzeit führen, auch in unserer Gesellschaft, schnell vergessen. Das findet erst seine Grenze dort, wo der Staat sich selber vergöttlicht oder vollkommen absolut erklärt. Das ist für Christen nicht mehr möglich, diesen Weg mitzugehen. Aber ansonsten, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Der Zielpunkt dieses Satzes ist, dass der Aufbau einer Gesellschaft, in der Christen ihren Beitrag zu leisten haben. Deshalb kann niemand einfach von uns entscheiden, da steige ich jetzt aus. Obwohl das viele stillschweigend tun. Etwa schauen wir die Wahlbeteiligungen an. Das ist immer ein Auf und Ab. Viele Menschen nehmen ihr Recht, ihr Freiheitsrecht dazu nicht mehr wahr. Als Christen sollten wir sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Auch wenn wir manchmal und das immer wieder hören, wir bewirken ja doch nichts und so. Es ist eine Stimme, die zählt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber wenn wir uns diesem zweiten Teil zuwenden, dann müssen wir uns auch fragen, was heißt das denn, Gott zu geben, was Gott gehört? Gibt es denn etwas, das Gott nicht gehört? Die Auslegung der Väter und bis ins tiefe Mittelalter hinein hat diese Stelle eigentlich mit ihrem Schwergewicht auf dem zweiten Ende immer richtig verstanden. Wenn sie davon spricht, den vielen Gebeten, und wir finden noch einen Nachklang in der Bachkantate zu dem Sonntag, wo dieses Evangelium gelesen wird, wenn es dort in einer Arie heißt, lass mich selbst die Münze sein, mit der ich dir zurückzahle. Das heißt, wir sind als Christen von Gott geprägt, wie eine Münze. Und daran muss gearbeitet werden. Eine Münze wird nicht durch Besprechung einfach, bekommt sie ihre Gestalt, auch ihre Schönheit, sondern durch Prägung. Es ist ein Metall, das man bearbeiten muss. Und wir sind manchmal genauso widerständig wie ein solches Metall. Lass uns selbst die Münze sein, die wir dir zurückzahlen können. Das heißt, unsere ganze Lebensgestalt soll so ausgeprägt sein, dass man an uns, den Schöpfer, erkennt. Den erkennt, der unser Herr ist. Den erkennt, dem alles gehört. Und das ist die Frage, die das Evangelium heute wirklich aufwirft. Wir könnten lange rumtheoretisieren über das Verhältnis von Kirche und Staat und Politik, Gesellschaft und den Kirchen. Das kann man tun. Was dabei oft zu kurz kommt, ist das Schwergewicht, das Jesus hier setzt im Evangelium. Gebt Gott, was Gott gehört. Und das sollte sich jeder und jeder von uns fragen. Gebe ich Gott, was ihm gehört? Lebe ich so, dass ich als sein Abbild erkennbar bin? Dass ich eine Ikone Gottes werde, wenn man so will. Ein Abdruck seiner Wesenheit. Wie wir das von Christus bekennen, wie das Paulus so oft schreibt. Er ist der Abglanz des Vaters. Wir könnten das auf uns erweitern. Und da müssen wir natürlich manchmal die härteren und prägenden Instrumente ansetzen, die wir brauchen. immer wieder sich jeden Tag neu unter das Wort Gottes zu stellen. Unsere eigene Identität dadurch zu finden, dass wir uns im Gebet auf Gott ausrichten. Und dass man uns an unserem Handeln erkennt. Dass wir weitergehen und das Evangelium sagen, wie es uns heute der Weltmissionssonntag in Erinnerung ruft. Aber wir sehen auch, wir brauchen selber jeden Tag die Verkündigung des Evangeliums. Wir sind nicht mehr in dieser hochmütigen Position, dass wir in die Welt hinausziehen und sagen, wir bringen euch jetzt etwas. Das auch, das tun alle Christen. Und das ist der Auftrag aus dem Evangelium. Aber mit zunehmenden Jahren erkennen wir doch, wir haben es selber nötig, was wir Mission und Evangelisation nennen. Prägung durch das Wort Gottes. Prägung durch die Wirklichkeit, die wir in der Taufe empfangen haben. Es liegt an uns, ob dieser Satz, den uns Jesus heute am Ende sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber noch viel mehr Gott, was Gott gehört, auch heute hier bei uns Gestalt gewinnt und dadurch prägende Kraft. Amen. Amen.